Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Unterrad. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 52 m². Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 800 Euro. Wir freuen uns die Nähe zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017